Hi zusammen! Ich habe mir was überlegt und zwar, wie ihr ja wisst, geht es bei uns in der WG manchmal ein bisschen ab wie im Zirkus und deswegen, passend dazu, fange ich jetzt an zu jonglieren, weil Ole erzählt ja immer, er könnte jonglieren und so, aber er weiß gar nicht, dass ich das eigentlich viel besser kann. Ja, da kann Ole einpacken. Na ja, jedenfalls, Ole, du hast keine Chance.